Hey Leute, ich bin Roland von EasyRunner und heute habe ich euch was von Puma mitgebracht, den sogenannten Meg-Mex. Das ist ein ganz neuer Schuh, ganz neuer Name im Sortiment von Puma und der soll eine ganz ganz neue Laufschuhklasse abdecken. Dieser Schuh könnte man normalerweise vielleicht vermuten, vergleichbar mit ein paar Modellen wie zum Beispiel dem Super Blast 2, wie dem Hoka Skyboard X, aufgrund der sehr sehr hohen Aufbauhöhen, die hier gewählt worden sind. Werden wir aber im Test nachher noch sehen, der hat schon eine ganz eigene Charakteristik. Ja, ich hatte es schon gesagt, der hat eine hohe Aufbauhöhe, das heißt die Mittelsohle ist hinten gekennzeichnet, dass man hinten 46 mm hoch steht und vorne 38, gibt aktuell Puma-typisch eine Sprengung von 8 mm. Der Schaum, der hier verwendet wird, ist kein total besonderer Schaum von Puma, sondern ist so eine Kreation mit diesem Nitro-Schaum-Stickstoff versetzt, auch kein Elite-Schaum oder keine Platte, die hier verbaut wird oder sonst irgendwie unterstützt. Der wiegt 293 Gramm in Mustergröße, kostet circa 190 Euro und ich würde sagen, der tritt in der Super Trainer-Kategorie an, kann man aber nicht genau sagen, sondern der hat auch noch was von Cruising und von Allrounder. Von daher ist der so mixt aus einigen Kategorien. Ja, ich hatte es schon gesagt, eine Besonderheit ist auf jeden Fall an dem Schuh, der hat eine sehr sehr hohe Aufbauhöhe und man steht ohne zusätzliche Elemente dennoch sehr sehr breit und dennoch sehr sehr stabil drin. Was der Test sonst noch so hergibt, zeige ich euch gleich. Es kommen erst mal ein paar schöne Bilder. Ich kann nur sagen, freut euch, ich fand den Schuh wirklich mega cool. Beim Obermaterial kann ich wirklich nur super gute Neuigkeiten hier vom Schuh berichten. Das Material ist so ähnlich wie das Velocity 3 Material, Mesh-Material, ganz jahrestauglich, luftdurchlässig, bequem, komfortabel. Also wirklich nur die besten Eigenschaften, die hier verwendet worden sind. Vorne werden Stabilelemente eingebaut, das heißt in der Wirkung sind die sehr sehr schön und auch Puma verwendet hier sogenannte Power Stripes und Power Tapes, die hier im Obermaterial noch mit eingesetzt werden zur Verbesserung der Stabilität im Obermaterial. Auch sehr sehr gut und sehr sehr wirkungsvoll. Die Zehenbox an sich ist schön breit und hoch ausgelegt, allerdings nicht zu breit und wenn man mal anstößt mit den Zehen, ist man da sehr sehr komfortabel aufgehoben, weil das Material halt schön weich ausgelegt ist. Die Zunge ist vorne befestigt, ist an jeweils einem Zwickelseitig, also an zwei Zwickeln befestigt. Tolle Wirkung, sehr sehr schön gedämpft mit den entsprechenden Pads und schön luftdurchlässig. Und die Besonderheit ist, die ich so noch nirgendwo gesehen habe, ist, das ist eine extrem elastische Zunge, also in der Wirkung ganz ganz toll, kann man den Fuß im Schuh sehr sehr schön positionieren. Schnürsenkel sind sehr sehr geeignet, auch ein bisschen elastisch, also die sind in der Wirkung auch sehr sehr cool ausgelegt und dadurch, dass die Zunge so elastisch ist, ist der Einstieg natürlich total gerettet im positiven Sinne, das heißt, das ist auch optimal ausgelegt. Im Schuhkragenbereich ist es so, dass hier geeignete dicke Pads verbaut werden, die auch teilweise sehr sehr weit nach unten gezogen worden sind, das heißt, der Fuß fühlt sich da auch sehr sehr schön aufgehoben, das geht weiter bis in den Achillessehnenbereich, da wird es auch gar keine Klagen geben und da sollte auch normalerweise keine Reibung entstehen oder Blasen sich bilden. Die Schuhkappe ist sehr sehr stabil im unteren Bereich ausgelegt, oben ein bisschen flexibler gemacht worden, die Mittelsohle ist sehr hoch gezogen worden im hinteren Bereich, das heißt, im hinteren Schuhbereich ist eine extrem große Stabilität. Was man noch sagen muss, auch eine Besonderheit, die Innensohle im Schuh ist komplett rausnehmbar und auch sehr sehr einfach rausnehmbar, das heißt, eventuell Leute, die so eine Einlegesohle haben, die können sich mit diesem Schuh auch mal ein bisschen was beschäftigen. Ja, generell kann ich sagen, Obermaterial top, wirklich alle allerbeste Noten, das ganze Spielchen ist auf Langstreckentauglichkeit, Cruising ausgelegt und ich kann nur sagen, in der Wirkung sehr sehr zielführend und sehr sehr gut gelungen. Wenn wir uns die Mittelsohle rein aus technischer Sicht angucken, Richtung Leichtathletik Weltverband, muss man sagen, der ist hier tatsächlich nicht mehr regelkonform. Das ist ganz einfach, weil die Regel bedeutet, der Schuh darf von der Mittelsohle nicht höher als 40 mm aufgebaut sein und die 6 mm drüber ist natürlich nicht regelkonform. Beim Schaum ist es sehr sehr interessant in dem Fall, da wird natürlich sehr sehr viel Material verbaut, hier mit dem sogenannten Nitroschaum, der ist Stickstoff versetzt. Dieser Schaum ist hier auf einer sehr sehr breiten Basis, auf einer sehr sehr hohen Basis, ist sehr sehr stabil ausgelegt. Das Material an sich ist echt sehr sehr reaktiv und relativ weich und dennoch relativ dicht und ich finde es sehr sehr langstreckentauglich. Man versinkt allerdings nicht in dem Schuh, von daher ist das, was die Reaktivität betrifft, sehr sehr gut gelungen, finde ich. Hier ist auch sozusagen ein sogenannter Bouncy Hinweis noch von Puma gemacht worden für uns, falls wir vergessen sollten, dass wir den als sehr sehr reaktiv einschätzen. Ja, der Schaum ist tatsächlich, finde ich, als vor allen Dingen für die Fersenläufe konstruiert und ich denke, die ganze Auslegung ist so gemacht worden auf etwas lange Läufe oder deutlich längere Läufe und man kann aber auch tatsächlich mal das Tempo ein bisschen aufnehmen, das passt auch. Was das Abrollverhalten betrifft, finde ich, ist hier auch ein sehr sehr guter Kompromiss gelungen. Hinten wie vorne ist ein Rocker von der Konstruktion her vorhanden. Dieser ganze Vorgang des Landens, das weitergeführt werden und nach vorne abstoßen, ist wirklich sehr sehr gut, sehr sehr natürlich gelungen und ich kann nur sagen, macht auf mich einen sehr sehr guten Eindruck. Wie gesagt, ich finde hauptsächlich für Fersenläufer konstruiert, weil hier hinten auch wirklich eine sehr sehr breite Landebasis erstellt worden ist. Ja, was das Fazit betrifft, muss man sagen, ich hatte es gerade schon gesagt, der Schaum ist ein sogenannter Nitroschaum-Stickstoff versetzt, hat, finde ich, sehr sehr gute Eigenschaften, der ist relativ reaktiv, man kann mit dem langen Strecken laufen, man kann mit dem aber auch mal schnell laufen, der ist gut gedämpft, ist aber tatsächlich dabei nicht zu weich. Im Vergleich zum Superblast 2 muss man wohl dazu sagen, der Superblast 2 ist da etwas dichter vom Schaum her und etwas fester, das hat er nicht ganz, dennoch ist er sehr sehr langstreckentauglich und kann auch tatsächlich mit einer gewissen Geschwindigkeit laufen. Im Gesamten, habe ich schon gesagt, ist hier sehr sehr viel Material verwendet worden, der ist breit, hoch und dennoch sehr sehr stabil und das ist auch gleichzeitig der Vorteil, den ich bei Fersenläufern sehe und bei Läufern, die eventuell Pronationsprobleme oder Stabilitätsprobleme im Fuß haben, die würden hier meines Erachtens sehr sehr gut liegen. Im Gesamten, finde ich, ist das ein sehr sehr gut entwickelter Schuh, er hat eine ganz ganz tolle Mittelsohle und ich kann die wirklich nur sehr sehr gut testen. Bei der Außensohle fällt direkt auf, dass hier eine relativ breite, aber nicht so tiefe Rille gezogen worden ist. Das dient der Flexibilisierung des Schuhs und der Außensohle. Das ist hier tatsächlich auch sehr sehr gut gelungen. Das passt also schön. Die ist echt schön flexibel und beweglich. Als zweites blende ich immer die Außenmaße in der Breite hinten und vorne ein und vergleiche dann mit entsprechenden Vergleichsmodellen und habe jetzt mal den Skyboard X und den Superblast 2 mit verglichen. Und die beiden Schuhe sind ja auf jeden Fall dafür bekannt, dass sie auf einer sehr sehr breiten Fläche stehen und die Kräfte gut verteilen. Und der hier, der setzt also locker nochmal einen drauf. Der Make-Makes ist für mich der breiteste Schuh, den ich jemals vermessen habe. Hinten wie vorne. Also von daher, der ist wirklich Champions League und Finalsieger an der Stelle. Ja, bedeutet tatsächlich, dass die Kräfte auf einer breiten Fläche verteilt werden. Man sehr sehr stabil sitzt und am Ende des Tages ist das zwar in dem Sinne kein Stabilschuh, allerdings Leute, die Pronationsprobleme haben, könnten sich den auch schon mal anprobieren. Als drittes schauen wir immer auf die verklebten Gummielemente, die hier verbaut worden sind. Hier ist ein Außengrip drauf gemacht worden, der sogenannte Pumagrip. Der ist sowieso Marktführer im Trockenen wie auch im Nassen mit zwei Gummielementen. Ein großes hier und ein kleines auch nochmal hier. Was ich nicht ganz verstehe ist, warum man hier Streifen ausgelassen hat. Kann ich auch deshalb nicht verstehen, weil wenn man auf Waldboden steinigem Untergrund, spitzem Untergrund laufen würde, dann würde man hier den Schaum mit Sicherheit beschädigen. Und das halte ich jetzt nicht wirklich für gelungen. Das ist auch tatsächlich, muss ich schon vorab sagen, der einzige Kritikpunkt, den ich hier bei der Außensohle habe, dass man das hier weggelassen hat, den Gummi. Sonst, Dreck und Verschmutzungen sammeln sich hier kaum. Wenn sich immer Steine sammeln sollten, dann werden die entweder direkt rausgetreten oder wenn sie tatsächlich drin bleiben sollten, könnten es nur kleine Steinchen sein, die aber nicht stören bei der Aufbauhöhe, merkt der Läufe da gar nichts von. Haltbarkeit, wie gesagt, ist auch schon mal super. Pumagrip ist da ein Indiz dafür und bisher auch Garantie seit Jahren. Also von daher kann ich nur sagen, die Außensohle ist über jeden Zweifel erhaben. Wie gesagt, mit diesem einzelnen Kritikpunkt, den ich hier habe, deshalb würde ich fast 100 Prozent vergeben. Ja, um jetzt ein Fazit zu ziehen vom Puma MagMax. Puma eröffnet sich hier selber eine ganz, ganz neue Laufschuhklasse. Das ist also ein Laufschuh, nicht der klassische Allrounder, sondern wirklich ein Laufschuh für die ganz, ganz langen Strecken, gemütliches Tempo und eventuell auch mal ein bisschen schneller. Wie der Kompromiss gelungen ist tatsächlich, das ist eine hohe Aufbauhöhe, ein mittelfester bis mittelweicher Schaum, sehr, sehr schön reaktiv gewählt worden. Also von daher sehr, sehr gute Eigenschaften. Obermaterial, Mittelsohle und Außensohle sind sowieso wie immer Puma-typisch aktuell, über jeden Zweifel erhaben. Gerade aufgrund dieser Eigenschaften der Mittelsohle und des Schaumes können Mittelfußläufer und vor allen Dingen Fersenläufer sich mit diesem Schuh mal gut beschäftigen. Leute, die Stabilitätsprobleme haben im Schuh und mit ihrem Fuß pro Nation, das Stichwort hier, können sich den Schuh auch mal anziehen. Preis-Leistung ist auch sehr, sehr gut. Also die Leute, die hier sagen, 190 Euro wollen sie ausgeben und suchen einen Langstreckentrainer, die werden hier sehr, sehr gut bedient sein. Ich kann nur den Tipp geben, einfach mal anziehen, anprobieren und wenn der passt, würde ich mir wirklich mal überlegen, den zuzulegen, wenn ich zum Beispiel für einen Marathon trainieren möchte. Ja, auf der Negativseite kann ich eigentlich wirklich was finden. Ich habe echt gesucht, aber muss ich sagen, nichts Wesentliches gefunden. Also von daher, ich kann den uneingeschränkt empfehlen. Also von daher kann ich nur sagen, sehr, sehr guter Wurf. Herzlichen Glückwunsch Puma. Klasse. 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 Klasse.